Holger! Holger! Frau Holger, wir, Ambrosie, mein Bruder und ich, wir wollen sagen auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen und viel Glück. Hier, eine Erinnerung. Ach, wer ist das denn? Das ist Adalbert, Agatha, Antoni, Antonia und Titerling. Titerling? Ja, Titerling. Und alles Deine? Nicht, nicht. Ambrosie. Ah. Titerling. Ich hab Ihnen gesagt, dass Sie gehen sollen, ehrlich gewohnt. Hey, Amigos. Holger, warte mal. Ich will, dass du sie wieder einstellst. Was? Ich hab dir grad erst entlassen. Ja, aber die brauchen das Geld. Die haben eine Riesenfamilie. Ich mein, wer weiß, was die früher in Kasachstan mal gemacht haben. Vielleicht waren die Wissenschaftler oder Gehirnchirurgen oder Pianisten. Ja, Ambrosie, der rülpst zumindest sehr musikalisch. Stell sie wieder ein und gib ihnen mehr Geld. Mehr Geld? Dann kann ich gleich eine Firma beauftragen. Ist mir egal. Tu's einfach. Hey, Kopf hoch. Meine Frau will, dass ich euch wieder einstelle. Ihr wieder schufti-schufti bei mir oben. Und mehr Geld? Ja. Ja, mehr Geld. Ich habe eine Wiesel in meine Hose. Ich habe eine Wiesel in meine Hose. Schöneinl, wie sie bei dir sind. Ich habe eine Wiesel in meine Hose. Ja. Jetzt kommt es aufrufe. Das war's. Das war in der Sportmone, die ich in Bagamachen habe. Aufhe cockier. Aufheirk. B politisch. Vielen Dank.